Sie wissen, dass sich Gehörlose mit einer Zeichensprache verständigen, auf Französisch langue designe, Gebärdensprache auf Deutsch. Wir wollten mehr erfahren und haben Laurent und Marek um Hilfe gebeten. Laurent ist Franzose und Marek, sie denken es schon, Deutscher. Guten Tag. Ich heisse Laurent Vallaud. Ich bin 41 Jahre alt. Sie haben es gemerkt, Laurent und Marek bedienen sich nicht immer der gleichen Gebärden. Gut, weiter geht's. Ich bin Franzose. Ich wohne in Paris. Haben Sie gesehen, wie die beiden ihre Nationalität gebärden? Laurent sagt uns, Franzose. Er bildet einen Kreis mit Daumen und Zeigefinger und dreht das Handgelenk nach hinten. Ich bin Franzose. Und Marek sagt uns, Ich bin Deutscher, indem er den rechten Zeigefinger über die Stirn hält. Eine Gebärde, die genau an die Pickelhaube erinnert, den berühmten Soldatenhelm, der von der preußischen und später der deutschen Armee nur bis Anfang des 20. Jahrhunderts getragen wurde. Bitte, Marek, noch einmal. Schauen wir nun, wie Laurent über Marek sagt, dass dieser Deutscher ist. Sehen Sie, er ist Deutscher. Auch diese Geste spielt auf die Pickelhaube an, doch der Helm ist zur Seite gerutscht. Die Geste ist abstrakter. Marek sagt über seinen Freund. Haben Sie es gesehen? Er ist Franzose. Tja, die Franzosen müssen feststellen, in der deutschen Gebärdensprache beschreibt man sie, indem man mit zwei Fingern die Unterseite der Nase reibt, eine unverkennbare Geste. Hochnäsig sind sie, die Franzosen. Arrogant und eingebildet. Was man von Laurent übrigens ganz und gar nicht behaupten kann. Gut, hier die Geschichte der Gebärdensprache. Im 6. Jahrhundert vor Christus denkt Platon zwar schon darüber nach, wie Gehörlose miteinander kommunizieren, doch erst im 16. Jahrhundert nimmt sich der spanische Mönch Pedro Ponce de Leon der Schulbildung Gehörlose an, indem er eine Sonderschulklasse eröffnet. Ein Jahrhundert später verfasst Juan de Pablo Borne, der mit der Erziehung des gehörlosen Sohnes des Connetables von Kastilien beauftragt ist, Vereinfachung der Buchstaben und die Kunststume sprechen zu lehren. In ganz Europa beginnt man jetzt, sich des Problems anzunehmen. Und um 1750 gründet der Abt Charles-Michel de Lepay in Paris ein Internat für Gehörlose, das er selbst finanziert. Er hat vor allem humanistische Beweggründe. Damals wurden Gehörlose nicht als vollwertige Menschen und schon gar nicht als Christen anerkannt. Diesem Kampf widmet der Abt sein Leben und zwei Jahre nach seinem Tod spricht die Nationalversammlung den Gehörlosen die Menschenrechte zu. Damals schon ist die Gebärdensprache keine bloße Nachahmung der gesprochenen Sprache. Sie ist eine eigenständige Sprache mit ganz spezifischen Strukturen. Natürlich muss sie wie jede Sprache erlernt werden, Handhaltung, Richtung, Bewegung, genaue Stellung der Hand im Raum. Interessanterweise ist die Gebärdensprache nicht universell. Selbst innerhalb eines Landes gibt es Unterschiede. Sicher, von einem Land oder von einer Region zu anderen gleichen sich viele der Gebärden, die die Wirklichkeit nachahmen. Andere unterscheiden sich aber völlig. In Deutschland versucht man gerade, die Gebärdensprachen, die etwas unkontrolliert in verschiedenen Teilen des Landes entstanden sind, zu vereinheitlichen. Die Gebärdensprache wurde erst vor kurzem offiziell anerkannt. In Deutschland 2002 und 2005 bekam sie in Frankreich im Rahmen eines Gesetzes zur Gleichstellung Behinderter einen zwiespältigen Status. Sie ist nun eine offizielle Sprache, doch mit dem Image eines Defizits. Bisher galt sie nicht als richtige Sprache und die Kinder wurden lieber in normale Schulen geschickt. Man drängte sie dazu, die Lautsprache zu erlernen. Gehörlose und ihre Eltern wollen, dass von der Vorschule bis zum Schulabschluss in der Gebärdensprache unterrichtet wird, um den Zugang zum Wissen zu ermöglichen und autonomes Denken zu fördern. Noch eins, man kann sich unschwer vorstellen, dass das Aufkommen von E-Mails und Handys mit SMS-Funktion den Gehörlosen und Schwerhörigen eine bis dato unbekannte Unabhängigkeit beschert hat. So, zurück zu unseren beiden Freunden. Laurent sagt uns, ich lebe in einer Beziehung, ich habe zwei Kinder, die hören, einen Jungen und ein Mädchen. Nochmal etwas langsamer. Wo wir gerade dabei sind, schauen wir uns einmal die Familie an. in der deutschen und in der französischen Gebärdensprache. Na, ihr beiden, jetzt aber genug geplaudert. Können wir wieder? Die Familie also. Die Familie. Mama. Der Mann. Mama. Die Frau. Gut, das ist die alte Geste für Frau in der deutschen Gebärdensprache. Sie wurde als diskriminierend empfunden. Deshalb macht man heute diese Gebärde fast die gleiche wie in Frankreich. Weiter geht's. Meine Frau. Frau. Der Junge. Körper. Das Mädchen. Da. Im Französischen ist die Gebärde für Mädchen fast identisch mit der für Frau. Sie wird lediglich verdoppelt. Man beachte, dass Jungen in beiden Ländern denken, während das deutsche Mädchen durch Ohrringe charakterisiert wird. Nun, hier werden die Ohrringe allerdings von Marek getragen. Naja, wie auch immer. Gut, weil die Gebärdensprache nicht universell ist, kommt es bisweilen zu Missverständnissen unter Gehörlosen. Zurück zum Alter unserer Freunde. Laurent fragt Marek, du, wie alt bist du? Unmöglich. Hier gibt es offenbar ein Problem. Im Französischen sagt man nämlich zuerst die 10er, 20, danach die 1er, 8, 20 und 8, 20, 8, 28. Im Deutschen wiederum sagt man zuerst die 1er, 8 und dann die 10er, 20, 8 und 20, 28. Marek gebärdet sein Alter auf Deutsch. Zuerst kommen die 8, dann erst die 2. Laurent versteht daher 82 anstatt 28. Sie sehen, es ist nicht immer ganz einfach, sich unter Gehörlosen zu verstehen. Wir haben mit Marek und Laurent sehr viel gelernt. Wir haben zum Beispiel gelernt, dass das Erkennungszeichen des französischen Schweins die Ohren sind, während es beim deutschen Schwein der Rüssel ist. Dass das französische Pferd auch an seinen Ohren zu erkennen ist, das deutsche jedoch an seinem Reiter. Dass der französische Hund aufgeregt mit dem Schwanz wedelt, während der deutsche ein Halsband trägt. Dass der französische Bleistift gespitzt wird, während man mit dem Deutschen schreibt. Dass die französische Karotte gerieben und die deutsche Karotte gegessen wird. Und so weiter und so fort. Doch unsere Lieblingsgebärde des Tages ist diese. Sind sie nicht charmant, diese Schildkröten? So, das war's. Auf Wiedersehen, ihr beiden. Übersehen. Übersehen. Bis zum nächsten Mal.